Vincent Kompany macht eine heftige Ansage an zwei Bayern-Stars. Was wurde da jetzt gesagt und wen betrifft es? Einer davon ist Joshua Kimmich und da gibt es jetzt auch Gerüchte rund um einen Wechsel zu Manchester City. Und wir sprechen auch über einen BVB-Transfer. Ein Stürmer wird den Verein ins Wohl verlassen und ist das Niklas Füllkrug? Das und mehr jetzt hier in diesem Video. Vorher lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Und damit gehen wir aber auch schon rein in die Highlights. Solltet ihr noch mehr rund um die Bundesliga erfahren wollen, checkt gerne mal mein Instagram ab, budi-inside, für noch mehr News. Aber damit rein in die Highlights. Der steht jetzt für Umbruch, der steht für neue Taktiken, der steht für eine neue Philosophie beim FC Bayern München. Er soll aber auch natürlich für viele Titel stehen. Und dafür muss er einen echten Kaderumbruch herbeiführen. Und jetzt gab es auch schon die erste Ansage an zwei absolute Leistungsträger der letzten Jahre. Leon Goretzka und Joshua Kimmich. Was ist da passiert? Der neue Trainer und Sportvorstand Max Eberl, die haben jetzt wohl Spieler definiert, auf die sie setzen werden. Führungsspieler, auf die sie in der kommenden Saison setzen, aber auch natürlich Führungsspieler, auf die sie nicht mehr setzen werden. Und auf wen man nicht mehr setzt, das soll den Betroffenen schon mitgeteilt worden sein. Und laut einem Bericht der Sportbild gilt das wohl auch für Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Kimmich vertragt aus 25, Goretzka bis 2026. Aber sie sollen keine absoluten Führungsspieler mehr unter Vincent Kompany sein. Das soll in dieser Ansage deutlich gemacht worden sein, dass sie auch grundsätzlich hier potenziell Verkaufskandidaten sind. Auch das ist möglich. Gerade auch bei Joshua Kimmich sollte er seinen Vertrag nicht verlängern, obwohl die Bayern das natürlich immer noch gerne machen würden. Soll aber auch zum Beispiel Leon Goretzka ganz klar gesagt worden sein, denn auch wenn er noch längerfristig Vertrag hat, nein, er ist jetzt aktuell eher auf dem Abstellgleis und kein absoluter Führungsspieler unter Kompany. Das ist eine Situation, die kennt er, die will er annehmen, die will er, das hat er wohl auch im letzten Jahr genau so erlebt und dann aber auch in der kommenden Saison oder also in der letzten Saison, der darauffolgenden Saison gesehen, wie viel er dann doch gespielt hat. Das wäre jetzt zumindest eine Betrachtungsweise. Die andere wäre, er hat es dann aber nicht geschafft, sich für die Euros zu qualifizieren. Auch eine nicht so schöne Situation für Leon Goretzka. Ein Mittelfeldspieler beim besten deutschen Verein sollte vermutlich auch immer Nationalmannschaft spielen. Warum man jetzt hier natürlich ohne die beiden plant, zumindestens mal in der ersten Elf auf der Rechtsverteidigerposition, da kann man sich einfach bessere Leute vorstellen. Positionsgetreu wäre das dann ein Sacha Bouye, ein Josef Stanisic oder eben theoretisch auch ein Masraoui, aber der ist definitiv auch Weiterverkaufskandidat. Und im Mittelfeld, da ist es ganz klar, Jaupalinha kommt, daneben soll Alexander Pavlovich der Kreativspieler werden. Das soll jetzt die neue Achse der Bayern im Mittelfeld sein. Dann ist auch kein Platz mehr für Leon Goretzka in der ersten Elf. Und vermutlich wartet dann sogar noch ein Konrad Leimer ein Tick vor Goretzka, obwohl Company tatsächlich auch im Training Leon Goretzka richtig geherzt hat. Also es sah zumindestens mal so aus. Das sind tatsächlich keine neuen Töne beim FC Bayern München bei den beiden, denn es kamen ja auch brisante Berichte raus rund um Thomas Tuchel. Ja, auch der wollte, dass Kimmich oder Goretzka im letzten Sommer bereits verkauft werden. Das haben wir alle mitbekommen. Daraus wurde nichts, aber vielleicht wird das Ganze jetzt ein Jahr später wirklich passieren. Ein Markt für Kimmich, den gibt es auf jeden Fall bei Goretzka. Da ist auf dem Transfermarkt noch relativ wenig passiert. Ich bin gespannt, ich bleibe weiter dran, denn die Bayern brauchen einige Millionen und vielleicht brauchen sie noch mehr Millionen, genau wegen diesem Mann im Hintergrund, wegen Nico Williams. Denn jetzt gibt es wieder eine Chance für die Bayern, eine Chance, den EM-Shooting-Staff zu verpflichten. Er hat bei der EM gezeigt, dass er für die ganz große Bühne ein Spieler ist. Nico Williams hat ein super Turnier gespielt und deswegen war jetzt ja auch lange der FC Barcelona an ihm dran. Nach Michael Ullis dachte eigentlich jeder, okay, die Bayern werden auf den Fügeln wohl nichts mehr machen. Ja, sei es drum, Desiré Doué und Xavi Simmonds, also zwei weitere Offensivspieler, sind ganz fest geplant, sollte es bei einem nichts werden. Dann spricht man ja von Dani Olmo. Jetzt aber hat die spanische Zeitung Marca berichtet, der FC Barcelona kann sich Nico Williams nicht leisten. Die Ausstiegsrate sind in Höhe von 60 Millionen Euro, die ist zu teuer. Und die Münchner beschäftigen sich jetzt auch weiter mit ihm. The Athletic und die Marca, die berichten das hier eben übereinstimmend. Der 21-Jährige ist zwar der absolute Wunschspieler von Hansi Flick bei den Katalanen, aber wenn man ihn sich einfach schlichtweg gegen die finanziellen möglichen nicht leisten kann, könnte es jetzt tatsächlich auch wieder mal der FC Bayern München werden. Und man muss sagen, Starenis, die fordern ja für Desiré Doué, für den 19-Jährigen 60 Millionen Euro. Die 60 Millionen Euro, sage ich euch ganz ehrlich, die würde ich viel, viel eher in Nico Williams investieren, weil da hast du jetzt schon mal gesehen, was du bekommst. Bei Desiré Doué ist es sehr, sehr viel Geld für ein Talent, das am Ende vielleicht auch nicht die Leistungen bringt, die du dir erwartet hast. Bei Nico Williams entgegen hast du immer noch ein Talent. Zwei Jahre älter, 21, aber der hat schon deutlich mehr in dieser Saison oder auch in den letzten Saisons gezeigt. Letzte Saison 31 Spiele gemacht, 19 Scorer, davor 36 Spiele gemacht, 11 Scorer. Und davor hat er ja auch schon Profi gespielt. Und bei Doué, der hat erst zwei Saisons auf dem Buckel und hat da jetzt insgesamt 13 Scorer-Punkte gesammelt. Also es gibt auf jeden Fall die Chance, dass die Bayern hier jetzt auch nochmal ernst machen werden. Wie gesagt, der Spieler grundsätzlich ist immer noch auf der Liste der Bayern. Das wurde jetzt hier auch nochmal durch die Marker ganz, ganz sicher bestätigt. Die Aufstiegshause in Höhe von 60 Millionen Euro, die kann man ziehen. Man müsste dafür vermutlich aber erst einen Gnabry oder einen Coman-Fix abgeben. Dann könnte es aber ganz schnell gehen. Was sagt ihr? Desiré Doué oder Nico Williams? Wen würdet ihr eher zum FC Bayern München holen? Und dann sehen wir schon einen dritten Kandidaten, der auch bei den Bayern diskutiert wird, Dani Olmo. Aber wir wollen jetzt heute darüber sprechen, dass Atletico Madrid dran ist. Wie die Wild berichtet, ist Atletico Madrid in den Transferpoker rund um Dani Olmo jetzt mit eingestiegen. Und sie machen gleich so richtig schnell. Denn sie wollen ihn jetzt für 60 Millionen Euro holen. Sie müssen die Ausstiegsklausel heute oder morgen ziehen. Am Samstag läuft sie aus. Er wurde auch zum Beispiel mit Manchester City und dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Jetzt drückt Atletico aber aufs Gaspedal. Es soll auch bereits erste Gespräche mit dem Spieler gegeben haben. Es geht im Endeffekt einfach nur darum. Der 26-jährige Dani Olmo, er kann sich komplett aussuchen, wo er hinwechselt. Grundsätzlich will wahrscheinlich jeder etwas größere Verein, auch der FC Barcelona den Spieler. Aber die Ablösesumme kann sich eben nicht jeder leisten. Atletico Madrid, die Bayern oder auch City, sie könnten sich das definitiv leisten. Dementsprechend sind das jetzt aktuell die heißesten Kandidaten, wenn es eben um eine Verpflichtung von Dani Olmo geht. Potenzieller Abgangskandidat, den seht ihr jetzt hier im Hintergrund, das ist natürlich Joshua Kimmich. Auf der Rechtsverteidigerposition, da wird ihm jetzt wohl Stanisic, Sacha Bouillet, vielleicht auch Masraoui den Rang ablaufen. Im Mittelfeld Palinja, Pavlovich, theoretisch hat man noch einen Goretzka, man hat noch einen Leimer. Da ist auch da kein Platz für einen Joshua Kimmich. Was bedeutet das? Eigentlich muss der Spieler seine Sachen packen und gehen. Und passend dazu ist jetzt nochmal ein neuer Bericht aufgetaucht. Ja, Manchester City, sie sind weiterhin an Joshua Kimmich interessiert. Das berichtet das britische Portal The Atletic. Ja, auch gerade Pep Guardiola. Er sucht im Sommer einen neuen Mittelfeldpartner für den Europameister, für den wahrscheinlich aktuell besten Sechser der Welt, für Rodri. Da gab es jetzt Gerüchte, 120 Millionen Euro für Bruno Garmayres von Newcastle United. Das ist schon ziemlich teuer. Nach Informationen von The Atletic ist Joshua Kimmich die erste Alternative für Garmayres. Und da könnte man natürlich sich auch noch die ein oder andere Millionen sparen. Denn Kimmich ist ein Spieler, der in diesem Sommer wohl für 50 Millionen Euro, vielleicht sogar etwas tiefer zu haben wäre, wenn er seinen Vertrag, der nächstes Jahr ausläuft, nicht verlängert. Und City und Guardiola, vor allem Guardiola, hat ja Kimmich zu dem gemacht, was er heute ist. Sie haben bereits 2015 beim FC Bayern München zusammengespielt. Da hat er ihn damals auch von Leipzig geholt. Und ihm zum absoluten Durchbruch, nicht nur zum Profibereich, sondern auch zum absoluten Megastar verholfen. Und diese Zusammenarbeit, die könnte man natürlich jetzt fortsetzen. Der DFB-Star Kimmich verdient bei den Bayern knapp 20 Millionen Euro. Das ist das Problem. Das könnte er wohl bei Manchester City auch noch weiter verdienen. Sollte er sich bei den Bayern auf eine Vertragsverlängerung einlassen. Dann nur zu deutlich günstigeren Konditionen. 12 Millionen Euro ist hier so die Regel, in was die Bayern denken. Also fast eine Halbierung des Gehaltes. Ob er sich darauf einlässt? Fraglich. Wie gesagt, Manchester City, wenn jetzt eben auch Kimmich signalisiert, ja er möchte, dann könnte ich mir schon ziemlich gut vorstellen, dass das etwas wird. Wie gesagt, er ist aber nur Plan B. Der eigentliche Plan A von City ist Bruno Germayres von Newcastle United. Da muss man natürlich einige Millionen oben drauf packen. Aber wir wissen es, das Geld sitzt bei Manchester City ja sowieso locker. Und ob die dann eben 120 oder 40 Millionen Euro für eine neue 6 bezahlen, das ist egal. Hauptsache, man hat eine neue 6. Bayerns Flügelflitzer Kingsley Coman, wie jetzt eben berichtet wird, ist ein neues Angebot bei den Bayern eingetrudelt. Und dass er Verkaufskandidat ist, dass man ihn für möglichst viel Geld abgeben möchte, das ist ja schon klar. Fenerbahce, die haben sich nach ihm umgehört. Paris Saint-Germain ist an ihm dran. Jetzt soll Gerüchten zufolge ein Angebot von Al-Itihad in Richtung Deutschland gesendet worden sein. Die saudische Liga hat nun auch Kingsley Coman ins Visier genommen. Wie die Sportbild berichtet, gibt es eine erste Offerte. 50 bis 60 Millionen Euro, eine richtig gute Ablöse. Jede Menge Kohle für den verletzungsanfälligen 28-Jährigen. Die stehen jetzt hier im Raum. Das Problem wird aber sein, Kingsley Coman, der denkt gar nicht erst dran, dass er tatsächlich in die Saudi-Pro-League wechselt. Sportlich würde er da definitiv eher auf Zweitliga-Niveau spielen. Klar, er könnte sich hier die Taschen vermutlich so voll machen wie bei keinem anderen Klub. Aber das ist nicht mehr Ziel des Spielers, beziehungsweise noch nicht. Denn mit 28 Jahren möchte er weiter auf europäischem Top-Niveau spielen. Aber ich denke, ein gutes Gehalt, das wird er auch bei seinem ehemaligen Ausbildungsklub bei Paris Saint-Germain bekommen. Denn da gibt es ja auch schon die ersten Kontakte. Die Bayern erwägen jetzt auch Kingsley Coman, vielleicht gerade im Hinblick auf Xavi Simmonds, an Paris zu verkaufen. Denn da könnte man natürlich dann etwas aushandeln. Er könnte quasi da sogar so eine Art Key sein, dass durch einen Coman-Transfer in Richtung Paris der Deal dann mit Xavi Simmonds finalisiert werden kann. Beziehungsweise vielleicht einfach bei beiden Transfers die Ablösebedingungen noch etwas nach unten geschraubt werden. Denn vielleicht kriegt man dann Xavi Simmonds für 60, gibt dann Kingsley Coman für 40, 50 ab. Das wäre, denke ich, das Vernünftigste. Und dann bekommt man natürlich ziemlich viel für relativ einen überschaubaren Preis. Denn das ist ganz klar, man möchte Coman verkaufen und ihn durch den absoluten Wunschspieler von Max Eberl, Xavi Simmonds, ersetzen. So, der ganz klare Plan. Auch wenn es jetzt hier ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien gibt, halte ich das für abwegig, dass das etwas werden könnte. Den nächsten Schritt in Richtung Premier League, den würde wohl auch gern tatsächlich Matthias De Ligt machen. Aber es könnte jetzt sein, dass Manchester United, der eigentliche Klub, wo er hinwechseln möchte, ihm genau diesen Schritt verwehrt. Denn die Pläne bei Manchester United, die sollen sich so ein bisschen geändert haben. Und Matthias De Ligt, der genießt wohl nicht mehr die Priorität Nummer 1. Es ist sogar so, dass der Verkauf zu platzen droht. Der Bayern-Preis für De Ligt ist wohl einfach zu teuer, gerade weil man jetzt erst auf Seiten von eben Manchester United einen neuen Transfer getätigt hat. Man hat nämlich Leni Joro vom OSC Lille aus der französischen Ligue 1 verpflichtet. Demnach ist es eben so, dass man jetzt erst den ein oder anderen Spieler verkaufen muss, bevor man einen nächsten Transfer von eben Matthias De Ligt über die Bühne bringen könnte. Denn der kostet ungefähr 50 Millionen Euro plus Boni, eine Summe, die könnte sich Manchester United vermutlich locker leisten. Aber man muss eben auch wegen dem Financial Fair Play immer mal schauen und genau da liegt eben das Problem. Die Bayern müssen entweder ihre Forderung drastisch nach unten schrauben oder der Verkauf droht zu platzen. Das große Problem ist, man braucht das Geld vom De Ligt-Verkauf, um dann eben auch zum einen Kaderplatz, Gehaltsplatz oder auch die Gelder zu haben, um den Transfer von Jonathan Tarr zu finalisieren. Also das ist hier wirklich so eine Art, wie nennt man das, Domino-Effekt. Wenn De Ligt nicht von United gekauft wird, können die Bayern Jonathan Tarr nicht kaufen. Parallel wird dann vermutlich auch Bayer Leverkusen keinen Ersatz für Jonathan Tarr kaufen. Also wenn dieses Konstrukt hier irgendwie an einer Stelle auseinander bricht, dann könnte es sein, dass wir in diesem vielleicht Sommer gar keinen so großen Abwehrumbruch in der Bundesliga beim deutschen Rekordmeister oder beim aktuellen Meister Bayer Leverkusen sehen werden. Wir bleiben da weiter dran. Wie viele Ablöse würdet ihr denn für Niklas Füllkrug hinlegen? Denn genau da hat jetzt Borussia Dortmund wohl ein Preisschild festgelegt. Auch er könnte in diesem Sommer ein potenzieller Transfer in Richtung Serie A werden. Ähnlich wie das auch bei Mats Hummels der Fall ist. Nur eben für Niklas Füllkrug muss noch ein Geld bezahlt werden, eine Ablöse bezahlt werden. Er steht ja beim AC Milan ganz oben auf der Liste. Man hat da zwar Europameister Alvaro Morata geholt, möchte aber einen weiteren Stürmer holen. Grundsätzlich, so berichtete es jetzt unter anderem die Gazette Odello Sport, ist eine Bereitschaft von Borussia Dortmund, aber auch von Niklas Füllkrug da, dass er wirklich in Richtung Serie A wechseln könnte. Er kann sich diesen Schritt tatsächlich gut vorstellen. Und die Gazette Odello Sport, sie geht noch weiter. Jetzt ist auch eine Ablöseeinigung zwischen den beiden Vereinen wohl tatsächlich, ja ich sage mal, in Aussicht. Borussia Dortmund verlangt 20 Millionen Euro. Das ist der Preis, den man eben gezahlt hatte. Der Preis letztes Jahr, den man an Bremen überwiesen hat, das waren 18,2 Millionen Euro. Dementsprechend möchte man hier ein kleines Transfer plus haben und verlangt eben 20 Millionen Euro. Das ist ein ähnlicher Betrag für Morata, für den hat man 13 Millionen Euro bezahlt. Sollten die Dortmunder ihre Forderungen noch etwas senken, dann könnte es wohl in den nächsten Tagen relativ schnell gehen. Denn der AC Mailand, sie möchten eher so 15, 16, 17 Millionen Euro zahlen. Das ist auch ein Preis, wo ich sage, ja Niklas Füllkrug, der hat jetzt auch nicht den großen Wiederverkaufswert. Also Borussia Dortmund hat hier jetzt nicht die beste Verhandlungsposition. Klar, sie müssen ihn nicht abgeben, er hat einen Marktwert von 15 Millionen Euro. Aber ich denke, das ist auch so ungefähr die Ablöse, wo man jetzt sagen kann, ja dann kann er wirklich gehen. Denn einen Nachfolger hat man ja bereits verpflichtet. Da können wir auch nochmal ganz kurz gleich drauf eingehen. Denn der Transfer eben von Girassi, der ist jetzt ja fix. Und jetzt ist auch klar, ja es soll definitiv ein Stürmer gehen. Welcher das dann ist, Haller oder eben auch möglicherweise ein potenzieller Abgang von eben Niklas Füllkrug. Das wird sich jetzt in der nächsten Zeit zeigen. Ja wie gesagt, können wir kurz nochmal auf den Girassi Transfer eingehen. Denn der wurde heute tatsächlich ja auch als offiziell vermeldet. Da können wir uns mal gucken, was da jetzt seitens der Zahlen so veröffentlicht wurde. Also eigentlich, wenn ihr dieses Video seht, wurde der Transfer glaube ich eine Viertelstunde eher, eine halbe Stunde eher öffentlich gemacht. Das Hin und Her bei Girassi wegen seinem Knie, wegen dieser Knieverletzung. Das hat sich jetzt auch tatsächlich mal, ja ich sage mal, ausgezahlt. Borussia Dortmund muss wohl nicht ganz so viel Handgeld an Girassi überweisen. Aber er wechselt zu Borussia Dortmund. Und damit holt man sich einen Stürmer, der in der letzten Saison 28 Hütten gemacht hat. Also einen wirklich richtig guten Spieler, einen Shootingstar vom VfB Stuttgart. Man kauft damit Stuttgart weiter leer. Man bezahlt 18 Millionen Euro. Das ist auch vollkommen im Rahmen und ist damit gut gewappnet für die kommende Saison. So würde ich das mal sagen. 18 Millionen Euro. So teuer wird vermutlich ein Transfer von eben hier. Ihr seht ihn schon im Hintergrund. Alphonso Davis nicht. Der wird nämlich deutlich teurer. Aber es ist jetzt wohl so, dass man jetzt einen neuen Davis-Deal plant. Und da sind einige Details jetzt enthüllt worden. Das Ganze geht jetzt auf einen Bericht der Sportbizur. Es gab ja Verhandlungen zwischen Bayern und eben dem Berater von Alphonso Davis. Und da hat man sich auf jeden Fall schon über einige Sachen, ja ich sage mal, grundsätzlich hier ausgetauscht. Davis fordert 16 Millionen Euro Gehalt. Das ist eine ganze Menge. Die Bayern wollten ihm tatsächlich, ja ich sage mal, etwas weniger zahlen. Es geht hier um 12 Millionen Euro. Mehr wollen sie für ihn nicht ausgeben. Das ist die neue Philosophie der Bayern. Alle neuen Transfers, die gekommen sind, verdienen auch nicht mehr als 12 Millionen Euro. Zu diesen 16 Millionen Euro wollte Davis auch noch 15 Millionen Euro Handgeld. Also wirklich eine ganze Menge Kohle. Und das ist eine Summe, die, ja, wollte eben der FC Bayern München nicht zahlen. Aber da gibt es noch einige weitere Details, die jetzt tatsächlich hier ans Licht gekommen sind. Man wollte auch eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag reinbauen und da war man sich sogar schon einig. 150 Millionen Euro sollte die schwer sein. Diese Klausel sollte im Davis-Vertrag verankert werden. Sollte dann Real Madrid beispielsweise doch nochmal irgendwann ernst machen im nächsten Jahr, dann hätte man genau diese Summe zahlen müssen. Und das war natürlich auch eine Absicherung für die Bayern, dass sie, wenn er geht, wenigstens ordentlich mitkassieren werden. Ja, so waren eigentlich die Bedingungen. Wie gesagt, die Verhandlungen sind aktuell relativ abgekühlt. Man wird ins letzte Vertragsjahr gehen. Das wird man jetzt tatsächlich machen und dann hoffen, dass Davis gute Leistungen zeigt und man dann verlängern kann. Gute Leistungen, das hat Marco Reus auch lange Zeit bei Borussia Dortmund gezeigt. Jetzt soll es aber, ja, ihr habt es alle mitbekommen, die MLS werden und jetzt ist da ein Transfer wohl so gut wie fix. Es soll für Marco Reus zu LA Galaxy gehen. Da kann man auch nochmal ein kleines Update geben. Ja, es ist jetzt wohl so, dass LA Galaxy sogar schon jemanden aus dem Kader gestrichen hat. Man kann ja bei den MLS, das ist ja so in der Liga geregelt, nur eine gewisse Anzahl an Ausländern registrieren pro Klub. Und da hat man jetzt schon Platz für Marco Reus geschaffen und er wird dort wohl einen längerfristigen Vertrag unterschreiben. Man spricht jetzt hier von erstmal einem Vertrag bis Dezember 2025, also anderthalb Jahre, mit Option auf eine weitere Saison. Dann wäre Marco Reus, lasst mich nicht lügen. Ich glaube, müsste er dann so 37 sein und ich denke, das ist quasi so eine Art Rentenvertrag. Es sieht so aus, dass er jetzt eben nicht zu Inter-Miami wechselt. Das hätte ich persönlich richtig cool gefunden, nochmal mit Messi so ein bisschen ihn zusammen sehen. Aber es wird dann wohl doch tatsächlich hier jetzt der MLS-Klub LA Galaxy, wo ja unter anderem auch Zlatan Ibrahimovic gespielt hat. Ja, das soll es von mir gewesen sein. Wir hören uns morgen und die Tage nochmal hier. Das war es soweit zu den Themen von heute. Schaut gerne auf dem Zweitkanal Booty Insight vorbei. Da kam heute... Booty Insight? Yoda Insight. Da kamen heute einige Highlights. Checkt das gerne ab. Und damit lasse ich euch dann noch einen schönen Tag da. Und wir hören uns die Tage. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020